Hallo und herzlich Willkommen zu einem kurzen Minecraft Video, wir spielen den Surf auf dem GOMMA HD Server. Alter, wieso spielen wir mehr so hoch? What the fuck? Oh, passiert nichts. Mein Leben bei Rant, spielen wir in derselben Konstellation wie immer die letzten Fahrzeuge. Alter, wie man einfach mit dem Wasser die ganze Zeit rumjumpen kann. Alter, wie geil. Wie geil das ist. Oh, ich treffe einfach keinen, dass der frisch lustig wird, wenn man so in der Luft dann weggeschleudert wird. Oh, fuck. Ja, ich glaube, einer hat gerade den Kinn getroffen. Ja, einer hat mich getroffen, das stimmt. Wollte wieder mal einen getroffen? Alter. Alter. Warum? Ich check gar nichts mehr. Alter, unsere machen die Trampolin, ey, das ist einfach mal richtig schlecht. Was ist da für Winde hinter? Wir sollten vielleicht mal nicht in dem Wasser rumkämpfen. Alter. Das ist der King hinter mir. What the fuck? Und auf euch drauf. WTF? Wir Nasen. What? What the fuck? Wir spiken ein MS. Glückwunsch, das war deine längste Kill-Serie. Ein Kill in Folge. Sauber. Bei mir waren es zwei Kills. Na schon mehr als. Hui! Die Welt lebt noch nicht. Jawohl, das war's. Huh? Au. Au. Puh. Alter, einfach jedes Wasser einen richtig hoch schmiert. Meine Fressen, warum kann ich mich häufiger treffen? War ich schneller Knicke, ey. Du hast mich auch noch geschwangen. Dann wird dann, dann... Irgendwie ist das schon sehr lustig, das Spiel. Muss man mal gesagt haben. Boah, was? Der Range-Mode. Fünfer-Killer-Serie hier, ne? So ein Hundesorn, ey. Hundesorn? Boah. Weißt du Bescheid, ey? Du hast eine Überraschung erhalten. Ja. Trank der Schnelligkeit! Nein. Team Fane getötet. Lalalala. Trank meinen Wurftrank runtergeworfen? 3 Kills in Folge. Moa. X-Beta. Bavirndick. Alter, das an einen Boden! Wie soll das denn gehen? Das wird ja an einen Boden. Das ist... Wall-Hack, Wall-Hack! Wall-Hack! Oh. Oh. Oh, was war das denn jetzt? Neue Map in 60 Sekunden. Oh, neue Map? Oh, neue Map! Oh, neue Map! Juhuu! Oh. Das ist schon sehr lustig. Das ist einfach mal versinnfrei. King Mammut ist anscheinend nicht freundlich gesinnt. Mir ist fast nicht aufgefallen. Lieber hatte kein Erbarmen. Kein Erbarmen. Hatte kein Erbarmen. Einfach mal einen Wurftrank von hier oben runtergöbeln. Ich habe Gurkenprinz, das Licht ausgeschaltet. Er steht wohl auf dem Sicke. Immerhin hat es Murphy versucht. King Mammut wollte nur spielen. King Mammut hat vergessen, sein Hex anzumachen. Ich will noch mal in die Meute rein. Ich habe zwar nicht viel Leben, aber ich will noch mal in die Meute rein! Scheiße, nichts passiert. Oh, ja. King Mammut wollte nur spielen. Oh, ich wollte spielen. Ernsthaft? Steht da jetzt Map-Wechsel auf Twilight? Oha, ich habe ein... Alter, wie geil ist das Level? Oha, ich habe ein... Wut das? Alter! Ja, sicher, dann kannst du hier noch hoch... Nein, kannst du nicht hochjumpen? Doch, kannst du wohl. Oh, mein Gott! Alter, wie geil das einfach ist. Huch! WTF, huch! Alter, ich check gar nichts mehr. Das ist einfach... Noch fröhliche Klopperei, ey! Keine Scherze mit Lenny Bar machen! Alter, wieso sind die so stark? Was ist los? Level up! Ich triff nicht ein Ding, ey! Da ist wieder Gurkenprinz! Gurkenprinz! Der Gurkenprinz! Der Gurkenprinz! Ah, komm schon! 15er-Kill-Reihe hat einer, Lenny Bar. Da ist... Da ist Gurkenprinz, der die Gurken nimmt. Na, du hast Gurke gesagt. Ich glaube, ich werde... Ich glaube, ich sollte Gangster-Rapper werden bei meinen Lines. Alter, Mann, ich kann nicht mal einen Zentimeter laufen, ohne direkt 10.000 Hits abzukriegen. Der King, der King muss fallen! Der King muss fallen! Nein! Hat keine Macke. Ich bin in Lava gefallen. King Mamo, das Hits auf dem Weg zur Wiedergeburt. Ist das schlecht? Was? Du hast ja eine Überraschung gehalten. Boah! Da ist schlechte Sprüche einfach. Mama! Mama, heul! Der Jonas-Boss hat mich getötet. Och, das sind die krassen Sprüche. Krass! Du wurdest dank The Governor 41 zu Lasagne verarbeitet. Hm. Brrrr! Oh, aber keine Pferde-Lasagne. Der Spruch ist... Die Witze sind schon so alt. Aber immer noch gut. Die waren schon damals schlechter, als die aktuell waren. Was? Kannst du das noch nicht behaupten? Mein Gott! Ja, voll! Endlich mal mit zweier Killstreak. Du bekommst jetzt zwei goldene Äpfel. Ach, puh. Hier ist die Frau... Hier ist dieser Typ mit dem Frauen-Skinn gerade eben nicht The Dark Angel. Die ist auch hier drin, ne? Ja, die ist hier drin. Ja. Den töd ich jetzt erstmal. Oh mein Gott. Ja, genau. Ich spring natürlich direkt mal wieder nach ganz oben. Murphy, Junge! Nein, mach sowas nicht. Murphy war unwürdig. Ach, wirst du denn nicht? X Beta hat den längeren Klappen so gezogen. Da steht ja noch so dreißen Klammern hinten dran, gezogen. Jawohl. Murphy gekillt! Murphy! Nein! Und die Hantel! Du hast Ruffy Meister die Fresse poliert. Hantel brauchte jemand zum Krust abbauen. Ah, Dark Angel, ja. Ich hab Dark Angel. Na, hey Murphi! Was ist das Geilste hier dran sind einfach mal die scheiß Sprüche? Ja, aber der Hantel nicht gerecht ist. Na, ja. Murphy hat nun eine Sorge weniger. Hui! Ja, genau. Einfach hier in dem Wasser stehen, was so 0 irgendwo hinwirkt. Da, da, der King. Jawohl! Level up! Ruf! Junge! Wuh! Das, da hab ich... Was soll das? Na, toll von hinten. King noch muss. Hahaha! Schon wäre nicht freundlich zu mir. Was für... Sollte ich grad eingeben für den Level up? Du kannst nun folgende Befehl nutzen. Ja. Nein! Ach so. Warte mal, macht mal Slash... Slash... Squat. Hab ich ja auch schon. Erstellen, Verlassen, List, Einladen. Okay. Cool. Ich hab ein Gold für erreicht. Ich hab ein Gold. T Slash... Rest in Pieces, Hantel. Rest in Pieces? Ja. Rest in Pieces. Eure Hunde, Alter, wie alle von hinten läuft. Oh, wir kommen von hinten. Das ist halt... Ja, prügelt doch gleich mit 20 Leuten auf mich ein. Stell... Stell mal vor, wie du einfach aus deinem Arschloch einfach so schwämmerlich die Gegend abspritzt. Ich will's auch nicht wissen. Ich hab's statt Squats, Squash eingegeben. Das passt auch nicht ganz. Äh, Squats... Meine Fresse! Ja, hat den längeren gezogen, ja. Haha. Ja, sicher. Auch X Beta ist schon in einem Squad, den kann ich nie einladen. Ja, ich hatte dich schon eingeladen gehabt. Seh ich nicht. Warte. Jetzt reg ich eigentlich eigentlich keine Level ab, was ist hier los? Warte, ich verlasse erstmal meins wieder. Verlassen. So. Da hab ich dich eingeladen. Mhhh. Squad, lass mal alle zusammen einen Squad, dann metzeln wir hier unten einfach nieder. Genau. So, bin deinem Squad schon mal beigetreten. Ein King Mammut bekommt jetzt die Kekse. Oh, Überraschung erhalten. Goldener Apfel. Ist gut. Oh, was hab ich denn da gehabt? Eine Granate. Ey, ich bin unten... Oha, wie bin ich jetzt hier runtergekommen? Krasser Scheiß. Was? Ich helfe dir. Na, ich hab mich gerüßt. Bitch. Alter, da hat er mich geschafft zu killen, ne? Oh Gott. Welcher Teile bin ich denn gerade gelandet? Oh. Das mit dem Wasser kann ja schon ätzend sein, ne? Level up, juhu. Noch kann ich den Mammut hauen. Jetzt nicht in unserem Squad. King Mammut pralte ab. Oha, wir können's ganz schön wehtun. Nein! Nein! Ich bin vor ein Lava gelaufen. Boah, Josh. Aber Ruffy Master hat sich doch solche Mühe gegeben. Ja, genau. Ah, ich seh jetzt eure Namen lila, die bei uns im Squad sind. Aber der King ist immer noch nicht drin. Dann lad mich doch mal ein oder wie kann ich annehmen? Kann ich doch schon. Wie kann ich das annehmen? Squad annehmen? Ey. Ach, dem Murphy ist da? Da ist das. Hantel sollte ich mal noch einladen, ne? Level up, du bekommst zwei goldene Äpfel. Oh, da ist der X Peter, da ist der Hantel. Ah, den Hantel, den geh ich nach vorher, den geh ich nach vorher. Ah, mein Squad hat schon die maximale Größe. Haha, lauf den Hantel. Ich bin an der Außenseiter. Schön im Kreis stehen und einfach ganze Kloppen. So ein Mobkreis. The Governor kam, sah und starb. Wo ich ja immer einfach auf dem Boden liege und ihr auf mich eintretet. Du hast Dark Angel 13 getötet. Langweilig. Nein! Wir spucken dich, wenn überhaupt, spucken wir dich an. Äh, nichts anderes. Dark Angel. Ich fisse dich. Komm, ich fisse dich. Komm, ich fisse dich. Ich mag Spuck aber nicht. Was? Kannst du sowas behaupten? Wie schmeckt? Du bist gestorben. Hauptsache renn zu dritt hinter dem Heer. Nein, ich bin in Lava geschubst worden. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Warum ist Dark Angel? Komm, fahr runter. Was? Psst. Warum treff ich den denn nicht? Huiiii. Huiiu. Huch! Oh nein, wieder. Läuft nicht. Ja genau, das hat einer mit 10er Serie. Ich hab grad mal 13 Kills insgesamt, ey. Wie kann man da mal 10er Serie hinkriegen? Ich hab so nicht, wie viele Kills ich hab auch da. Ich hab 35. Da ist der Hantel, da ist der Hantel. Gar nicht. Hantel ihn kaputt. Jawoll, rest in pieces, Hantel. Au. Oh, ich bin hochgejumpt. Na natürlich, sehr geschickt, der Junge bin ich. Nein. He. Ruffy Meister wurde penetriert. Hehehe. Penis... Penetriert vom Penis-Tier. Ach, Penis-Tier. Penis-Tier. Penis-Tiert wurde ich. Au. Au. Ich helf dir. Ich helf dir. Ich helf dir, King. Ich bin schon weg. Ich bin schon weg. Scheiße. Da, Wave-Modes. Wir müssen uns mal wieder Map wechseln. Wir müssen uns noch mal kalt machen. Wo so. Wo so. Da ist der Hantel. Da ist der Hantel. Oh, toll. Schon wieder zu Lasagne verarbeitet worden. Ruffy Meister. Ruffy Meister ist... Jawohl, ich hab ihn getötet. Single-Player besser aufgehoben. Ich hab den... Ach ne, ich hab einen anderen gekillt. Schade. High King. Boah, da ist er. Da ist er. Nein. Ja, wieder. Wieso sterb ich denn die ganze Zeit? Kann ich sein, ey. Vor allem immer durch mich jetzt. Jetzt sind wir alle. Halt die Klappe, halt die Klappe. Ja, Mann. Nein, dann treffe ich natürlich noch diese scheiß Pfützen hier in der Luft. Grenade! Lol. Oha. Gleich wieder Map wechseln. Glaubst du, es geht klar? Ja, voll. Irgendwie hast du das Gefühl, dass die Runden endlich gehen können. Ich glaube auch, ja. Kann man irgendwie... Dann ziehen wir jetzt halt hier... lange durch, bis die Folge zu Ende ist und gut ist. Dum-da-dum-da-dum. Dum-da-dum-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Wir sind doch jetzt in einem Squat. Wir müssen das durchziehen. Für Hey, Hantel-Uhr! Sicher! Hi, Hantel-Uhr! Das war so schlecht! Was? Kannst du nicht sagen! Da ist ein Hantel, da ist ein Hantel, da ist ein Hantel! In Lava! Nein! Da klaut der King mir den Kill! Jetzt bin ich ganz knusprig gebacken! Knusprig gebacken, ey! Oha, ich hab mich schwer! Oha! Ui! Trägt mal in Lava! Leckt mich doch am Arsch! Scheiße, ich bin wirklich in Lava! Nein, ich sterb sofort! Das erste Mal! Das war ich richtig traurig! Wie soll denn sein? Achso, wir haben alle Diamantschwerden! Ich dachte schon, ey! Unendlicher Bogen! Das ist eigentlich mal viel geiler! Obwohl ich sagen muss, dass ich nicht hoffe, dass Ruffy Meister nur für den Singleplayer gemeistert ist, weil so ein Multiplayer-Projekt wäre richtig geil! Ja! Ja! Wo ich auch richtig Bock drauf hätte, wäre einfach so ein Multiplayer-Projekt! einfach irgendwann bauen! Einfach irgendwas bauen! Einfach irgendwas bauen! So, 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 so! Ich bin ja momentan noch so ein Projekt am Planen, wo ich... Ja, sicher! Ich hab doch erzählt, bei Let's Play Forum, dass ich ne Geschichte am Schreiben bin! Ja! Und ich schwer am Schreiben! Das war unser... 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 Unser Community-Projekt! Ich bin mal sehr gespannt! Unser Community-Mode... Unser... 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 Da fliegt aus irgendeinem Grund. Was sagst du für eine Scheiße? Ich versuche jetzt mal so ein bisschen so rumzusnipen hier oben. Wieso? Es handelt dich in unserer Squad und bringt mich die ganze Zeit um. Weil der Squad voll ist. Achso. Mit vier Mann. Das ist ja scheiße. Ich bin so ein Alleingänger. Merk schon. Hauptsache man kann vom Spawn aus oben schießen. Schießen kann man ja, aber treffen tust du keinen. Doch ich wurde schon getroffen. Echt? Achs egal, ist langweilig. Langweil mich! Scheiße. Hi Murphy. Was? Laplay AX. Ich glaub der Let's Played. Was? Laplay AX. Was? Wahrscheinlich. Warum? Ich verstehe das manchmal nicht. Akt 1, 1, 11 und so. Ja. HUNTEL! BAM! NEIN! HUNTEL! 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 HUNTEL ging ins Licht. Das ist so geil. Alter! Alter Confusion Mode! Ja sicher! Ja, ich kann auch freuen. Alter, sieht das ekelhaft aus, wenn du da runterfällst. Und vor allem. Boah! Oh yeah, wie ekelhaft einfach. Oh shit, ich bin so unter Drogen. Boah, ich sollte aufhören mit dem Crystal. Ich hab nur noch 20 Kills. Das Crystal tut mir einfach nicht gut. Ne, überhaupt nicht. Ja, ich hab grad das eine sein musste. Oh 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 oh. Ich hab grad schon eine Dreier-Serie. Schaut einer von euch überhaupt Breaking Bad? Nein. Ne. Ich find die Serie richtig geil. Diese plötzliche Stelle. Jeder konzentriert am Killen. Ja. Ja, ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Ich hab grad wieder eine Serie. Jawoll! Jawoll! Rage-Mode. Trank der Stärke. Erstmal inhalieren. Inhalieren. Toll. Stärke. Geh weg die Scheiße. Das war ungefähr... Oh, jetzt hab ich richtig schön in der Aufnahme. Ja. Voll geil, ne? Voll geil. Was denn? Seiner bei TS rausgegangen. Und wir benutzen. Pitsmeet Sound-Picket. Aua! BTF! 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 Warum ist das mit den Blattchen heiß? Der Handhülle. Bleib mal hier unten! Nein! Lars, ich brauch die Serie... Ja toll! Ich bin nicht dich der Typ, der uns einfach so unbegrenzt ist. Da ist der Handhülle. NIIIN! Hehe. Oh-oh. G Aphra nächste. Da nehm ich hier mal mal teins gewonnelt. Unglaublich. ja ich habe eine Granate gekriegt die ich Wolleck Wolleck die muss der Hand lassen gekillt werden immer auf die Hand kein noch die kleinen dicken immer auf die kleinen Kurzhanteln wie ein guter für sie die Netze ich glaube es sind fast nur wieder übrig klar alle gegen Handel die anderen sind alle rausgegangen außer La Playa der ist irgendwo verschanzt da ist er oder ist das Hack und du warst das Fleisch ich habe einen aus der Luft getroffen wie geil das war ich hast du einfach hart gebankt hast du ihn gekillt Alter wer trifft mich denn hier wer wohl ach ich verstehe schon okay macht Sinn ist deine Mutter auch so gut was nein Murphy warum darf ich denn keine Scherze mit dir machen dann würde ich dich sonst krankenhausreif schlagen nein komm her Hantel nicht so hoch fliegen der Hantel ey wie alle gegen mich geht na wer sonst ist ja keine Ahnung nur weil ich schwarz bin alter ach fuck joch hab ich schon wieder hab ich Kay einfach noch genommen alter er hat mich genommen hart ganz hart hat er dich genommen aber ganz hart oh wir haben einen neuen Gegner noch ja und der hat mich jetzt auch getötet richtig in den Po richtig in den Po Kay im Po uiiii alter da springt mir doch sicher die ganze Zeit wie einer hinterher um mich zu töten gell scheiße ja rough master auf jeden Fall ich spring dir nicht hinterher ich bin einfach mal ich spring dir hinterher ganz super schön das steht nur da Alter warum hab ich gerade so viel Damage bekommen obwohl ich den nur geschlagen habe Hantel wo bist du da ist der Hantel Nimm so nein Teller Lava oh nein traurig nein 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 das ist so reudig jawohl das ist so reudig weil hier nicht immer alles reudig ist Chimeros sieht die Radieschen von unten oh ja von unten oh ja Hantel du hast keine Chance gegen das oder der Hantel erstmal ohne Erbarmen gekillt scheiße aber der andere noch hinter mir ja halt mir auch au au der hat mich getötet du musst mich beschützen zählt meine Squad Squad fürs Team alles für den Backel ich will mich so allein oh was soll man auf die Färten weiter das ist beim Inter-Ecken Alter wie jetzt ja am knistern ist so ein scheiß Feier weg okay au ey wie trifft der mich denn nur was ist da los alter die Hantel von hinten ey wie klingt das was falsch geht gar nicht du sollst das Hantel lieber aus dem Weg gehen sonst nimmt er dich von hinten okay nach 60 Sekunden dann ist dieses let's play oh wie ist das hier surf heißt das ne surf ja surf ja wie so ein let's test ja sicher ich wollte es doch nicht warum das heißt aber naja ja weil du auf dem Wasser einfach so surfen kannst wie so ein halbgeschein aber man springt aber hoch wie so ein inkontinente halt ja genau so gut dann machen wir einfach hier mal machen wir noch eine machen wir noch eine oder alter was hab ich da ausgelöst du hast eine Überraschung erhalten hab ich fast gar nicht gemerkt als es geblitzt hat ich bin ich bin ganz dezent aber das sehr aber er ist auf einmal der Fall er will angeblich denn 1 1 1 ach so nicht extra lang extra lang ist mehr als 23 nr der 1 2 noch gar nicht normal ich habe ein Zwiegelstein und eine Angel wie schlecht oder was kann ich jetzt jetzt gestehen schärfung rückstoß ja toll das kann ja richtig super werden die eigene squad angeln das bringt nicht ganz so viel ne das bringt überhaupt nix das sind die einzigen hier unten was bringt die Angeln was bringt die Angeln ich helfe ja gerade nur random durch die Gegend die versuchen uns gerade von oben zu angeln das ist gerade ein bisschen wir versuchen dich zu angeln ja sicher das bringt mal die Serie was ich gejagert alter ich seh nix der Handel Prozent nr hallo es bin ich Dominic Klein und ist nur die Niederländer ja kommen wir sind wenn die kleinen Sprüche wie man einfach nicht schafft nicht ins Wasser zu springen kürzelt ich bin ein Rückstoß austesten aber dafür müssen die Handel nachher kommen ich würde mal einen Handel werfen komm mal her vielleicht mal hauen alle jawoll das ist eine Handel ja ich habe Lasagne gemacht aus Chimrod ich glaube ich erst mal so ein paar Schokolinsen mit Erdnussbrüter drin wer ist der Schleifung machen diese Buchstaben hier draufstehen hat die Hand doch gerade sagen verbrochen vier Kids folge ich erfahre meinen richtig krassen Gameplay drinnen gewesen Barz Vorsicht kommt noch mehr, kling vor hinter dir hm der kommt hinter mir, oh mein Gott das ist eh nichts jetzt werden immer mehr mehr wieder cool was bringt die Handel? ich verstehe jetzt immer noch nicht konnte damit ein Verletzten na du triffst oh du triffst ja nicht der weiß lass mich doch noch Weich der Boss ich will nicht wieder reingekloppt da ich will nicht wieder crispy chicken sein doch ich hab nen flashbomb oha ich hab ja wieder nach oben gebracht alter hat gelaggt creeper HDLP 1080p XD HDL das ist noch eine der Schnelligkeit into lp into the deep das sowieso alter wo ist der hin ich seh nix da ist er ich hab ihn frisch gemacht mit meinem speedtrunk da unten ist aber so ein golden nach dem ich will kein killen der creeper HDLP oh hat mich erwischt die Drecksau ich bin kein Schwein doch haste eine Überraschung erhalten how to play swir Stupid hdlp 1080p xd xd trolla trolla lolla auch jetzt nur noch passende hintergrundmusik füttchen ganze zeit so trolle lolo 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 smiley fail jawoll into lp ging ins licht into lp ging into the light haha hat er einen orangenen namen warum hat kniebacher hd ist denke er ist einfach mal so 180 p der ein bisschen der ein bisschen money gemacht um hier so viel der so viel abonnenten der so viel abonnenten dass er hier alles wahrscheinlich hier schenkt bekommen hat natürlich nur für so viele wie k ich hab's gewusst habe ich hab's gewusst habe ich hab's gewusst meine mama machte into lp kaputt jawoll into lp ist dem respawn nur wieder einen schritt näher nachdenken grüß und die stürmer ich hätte gehen das ist ein bisschen ich bin ich an der es mein handel aber sauberer an es übrigens dazu darum die leute wegzukriegen wer der stein ist doch dass du der rückstand also er scheinbar nicht weil der macht das irgendwie nicht so hoch wollen wir tun in 2 lp eine Wauschung erhalten und Flashbomb für sie gerne mal nutzen Nein! Sieben Kills und danach wurde ich gekillt Mann ooooh ich soll mich dann nicht nachreden weil wir die Handschel weg holen hab ich hier den Festhängen, Mann! Scheiße, ich weiß nicht mal die verkackte Flashbomb wirft Habe ich vorhin auch eine gehabt und es ist nicht gerallt Ich hab versucht, ging nicht Warum? Wir haben uns gleich oft getroffen, warum killt er mich dann? Alter, manchmal nicht Ich bin so allein Alle gegen mich immer Hantel, 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 Hantel ist kein Ausreife schlagen Mann, killt ihn doch einfach mal Wir sind doch schon dabei, Mann Hi, Murph Tach, into AP, into AP Alter, hinter mir ist noch einer, Hantel, Hantel, hinter mir! Nein! Oh nein, nein, nein! Nein! Ja! Nun wurde es wieder penetriert Weiß was von mir steht? Hantel hacked Hantel hacked Hantel hacked, eindeutig, Hantel hacked, so heißt die Folge Hantel hacked Hantel hacked Hantel hacked Hantel hacked Ich will doch niemals hacken Steht bei mir Hantel, Steht bei mir Video Beweis Thumbnail und alles Hantel hacked Hantel hacked Warum trefft mich diese Blitze? Woher soll ich das wissen? Ich habe ein bisschen Angst jetzt vor den Blitzen, muss ich sagen. Das ist meine Flashbomb, keine Angst. Uiuiui. Doch wir haben sowas gemacht. Ja gut, ja. Alter, leck mich doch. Und wieder ist er noch weg. Der armer Hand. Kein Leid tun. Ah, nein. Das ist lustig. Alter, übertreibt doch mal nicht mit dem Scheiß, ey. Hat aber auch nichts gemacht, weil irgendwie wurde ich trotzdem gekillt. Junge, junge, junge. Verrückte Mungo. Wo ist denn hier jemand? Ich sehe mal, ob die mir nach. Hier Crazy Killer. Können wir uns denn. Hand, 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 Hand. Nein, oh, ich hätte umgebracht. Oh mein Gott. Ich hätte auch mal gerne. Oh mein Gott, das ist echt schwer. Oh, das ist mal ja. Können wir mal hinsetzen? Sorry, Leute. Sorry, Bro. Sorry, Bro. Oh, fuck. Mann. Hey, Hand, Hand. Du kannst wahrscheinlich hinter mir stehe. Ich weiß es doch. Hand. Und der Murphy gleich mit mir. Jawoll. Fick dich into LP, Mann. Komm her, du. Oh nein, da war ein Wasserblock. Ich hatte die scheiß Schritte. Alter, man hat schön unter dem Baum gejumpt. Das ist auch geil. Musst du ausprobieren. Hier. Tum. 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 Was ist das? Keberfresse? Wirklich? Keberfresse? Keberfresse? Keberfresse ist so schlecht. Keberfresse LP. XD. 1080p HD. Trololo. Und hat's ja nicht gesehen. HDMI. DVI. 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 Deine Mutter. Tralala. Deine Mutter. Jawoll, ich hab euch mit meinem Witz gekillt. Alter. Jetzt hüpfen ja alle wie so Spacken rum, ey. Wie auf dem schlechten Kindergeburtstag. Ach, pfuh. Ich hab voll dem Einstellung, weil die Pinsen einfach so laut sind. Ja, ist krass, ne? Ja, ich hab' die Fauber, ich höre jetzt auch mal auf damit. Obwohl, außer hier so im direkten Kampf, dann... Aua. Aue. Komm, du Sau, ich schnapp dich. Right on. Huii. Hup. Schau, Hantel. Ah. So, wo haben wir hier? Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, mach. Da haben wir der Herr Kempos. Herr Kempos. Bleiben Sie bitte hier, Herr Kempos. Herr Kempos. Herr Kempos kriegt eine Kempos. Oh, heul. Herr Kempos, bitte so Kasse. Mami ruft nach Ihnen. Herr Kempos. In 2LP möchte gerne aus dem Smallhand abgeholt werden. Das wär' mal ein Text für da unten. Aus dem Smallhand abgeholt werden. Aber vielleicht wechselt ja die Map und dann ist ja schon wieder... So. Ja, dann... Ja, dann lass uns jetzt mal mit dem Aufwählen. Mit den letzten Momenten dieser Map und mit meinem wahrscheinlich jetzigen Tod. Komm, Camper. Hilf mir mal, immer den Kipper zu killen. Ich würd mal sagen, dann warte ich hier oben. Okay. Na, ich sterbe. Ach, nee. Hör auf, du. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zusehen und so. Ja. Und ähm... Ja, Camper noch töten. Jawohl. Ja, wir haben die Camper noch getötet. Scheiße. Der Intour hat mich noch gekriegt. Können wir noch mal auf Wiederbeleben. Hier oben einmal den anderen in die Fresse gucken. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui sogar runter. Ja, runter geht's. Ja, ne, ich bleibe hier oben. Hier oben ist schön. Ich gucke ein bisschen in den Himmel. Genau. Und in dieser nostalgischen Stimmung und dem nicht vorhandenen Mond sagen wir Tschau. Auf Wiedersehen. Auf einmal ist es zu Nindermond. Tschau. Tschau, tschau. Tschau. Cheerio.